Na sieh mal einer an! Der Hexer mit dem Stock im Arsch! Was gibt's Neues? Du hast da was in der Visage. Dort, sind das Ophiripocken? Kann man sagen. Das Einwesen brennt, schon bemerkt. Das da? Ach ja, man kennt das ja, all das Tanzen und Trinken. Wir sind ein bisschen außer Rand und Band geraten, um ehrlich zu sein. Offenkundig. Wo ist Olgert? Wenn ich das wüsste. Irgendwo hier. Nein! Bitte! Ich bitte dich! Halt den Rand! Lass mich los! Lass mich gehen! Sei still! Wir haben gegessen! Getrunken! Gekämpft! Und ihr bringt mich um! Ich bin einer von euch! Das warst du mal. Jetzt nicht mehr. Was hat er getan? Was geht dich das an, Perfekt nochmal? Nicht dein Wir-Kumpel. Ich sag dir, was jetzt passiert. Ich frage nochmal, höflich. Und du antwortest. Genauso höflich. Und was, wenn nicht? Dann werde ich wütend, spar mir die Worte und schlachte euch alle wie Schweine. Was darf sein? Höre ich jetzt, warum ihr seinen Kopf wollt? Oder nicht? Was bist du für ein Dornstrauch im Arsch? Ataman hat befohlen, ihn zu töten. Da hast du die Antwort. Zufrieden? Jetzt verpiss dich. Wir haben zu arbeiten. Habt ihr nicht. Lass den gehen. Das ist ja kackdreist. Ich hör wohl nicht recht. Hat dir einer das Hirn mit dem Pimmel vertauscht, oder was? Trag deinen Mutantenarsch hier weg! Sonst? Sonst bringe ich dich um! Versuch es nur. Los. Aber, aber, was zum Teufel ist hier los? Geralt! Spielst du jetzt den Rächer der Enterbten? Eher den Schlechter der räudigen Köter. Solange ich hier bin, schlachtest du keinen. Eine Herausforderung? Warum nicht? Gegen einen Hexer habe ich noch nicht gekämpft. Besieg mich. Dann lasse ich ihn gehen. Zurücktreten! Nun, willst du warten, bis der Regen nachlässt? Das ist mir völlig egal. Gut gesagt. Kämpfen wir! Zeit für einen Tanz, Geralt! Möge die Käse, dann angewiesen! Koshu, komm näher! Häh! 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 Das war's. Was ist das? Das war's für heute. Oh, oh! Was ist das? 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 Was ist das?